So mit den Fingern ein besserer Warb, ich glaube mit den Fingern ist es der bessere Warb, aber dann klingt es ein bisschen mehr so, halt nicht sauber und so. Oder halt mit dem Peck. So mit den Fingern. Musik 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 Sekunden und so. Wird schon passen, das ist ja eh nur irgendwas. Okay.